Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das war ein beidseitiger Triebwerksausfall, gefolgt von einer sofortigen Landung auf dem Wasser Mit 155 Seelen an Bord Niemand ist je für einen Vorfall dieser Art ausgebildet worden Unsere Aufgabe ist es zu untersuchen, weshalb dieser Flug im Hudson River endete Auf dem Hudson Es war kein Absturz, es war eine Notwasserung Simulationen zufolge hätten sie es zum Flughafen schaffen können Unmöglich, das war mir ganz klar Ich übernehme dein Flugzeug Du sollst nur wissen, dass ich mein Bestes getan habe Selbstverständlich, du hast alle gerettet Die Menschen bezeichnen sie als Helden Ich fühle mich nicht wie ein Held Zeigen Sie uns ihr Capes, Super Sully In der Presse wird schon zu viel spekuliert Diese Aufmerksamkeit überwältigt mich Das linke Triebwerk hat noch funktioniert Und wenn ich mich geirrt und dadurch das Leben all dieser Passagiere in Gefahr gebracht habe Ich habe eine A320, die gleich auf dem Fluss prallt Du hast getan, was du konntest, das war mehr als genug Hatten sie getrunken, Captain Sullenberger? Familiäre Probleme? Hier spricht der Kapitän Sicherheitsposition einnehmen Was? Oh mein Gott Vorbeug, Vorbeug, Vorbeug Trämpfe runter und bleiben Es waren 155 Menschen in diesem Flugzeug Und du warst einer davon Über 40 Jahre in der Luft Aber am Ende beruht man mich anhand von 280 Kunden Wir müssen durchzählen Passagiere und Crew Ist noch jemand an Gott? Urhebhaber 2 3 3 4 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020